Hier haben wir ein wunderbares Occasion-Schweizer-Hörgerchen von der Marke Reischt Weisler. Spezial! Es ist wirklich ein super schönes Schweizer-Hörgerchen. Es ist eigentlich wie neu. Es ist in einem tadellosen Zustand. Es ist zweichörig. Hier noch ein B. Es hat 18 Bässe. Der Luftverluch ist perfekt. Ich spiele dir das gerade ein Stückchen vor, dass du dir dein eigenes Bild machen kannst. Ich bin sicher, dass du dir meinibus! Untertitelung des ZDF, 2020